Was ist das denn? Seriously? Ja, fünf Runden, ich wollte schon sagen. Wieso habe ich den nicht direkt gekillt? Interessante Geschichte. Immobilized, goddammit. Leave me the fuck alone. Come, die. Oh shit. Dieser kleine Wobbler, ne? Little shit. Come here. Oh, come on. Na gut. Ist das euer Ernst? Ich hätte Blue Blue zuerst angreifen sollen. Das war sau dämlich. Oh, komm schon. Leck mich am Arsch. Okay, ist gut. Schaffe ich das mal mit mal? Komm, komm, komm. Aber hallo, erst mal weg da. So, so und dann. Jetzt holen wir uns erstmal den scheiß Blue Blue und machen kall. Nervensäge. Little shit. So sieht's. So sieht's aus. Alles klar. Ich werde jetzt ganz sicher... Ich schwör. Don't suck alles, Fraser. Komm ran. Also, geht doch. Keine große Sache. Das war ja schon mal mies. Ich dachte, es wäre nur eine Runde. Aber okay. Oh, Brand. Ich glaube, Eis war's bei denen. Bin mir aber nicht zu 100% sicher. So. Freeling. Und der von mir, du Sack. Gutes Solo-Fight ist natürlich auch mal eine Ecke geiler. There you go. Eat it. Hehehe, bam. Weiter geht's. Vier von fünf. Die zweite Runde hat mich jetzt aufgehalten. Die Sau bis jetzt. Oh. Okay. Komm. Dreh dich um. Alter. Ich glaube, der andere lebt auch noch, oder? Ja. Und geschockt. Boom. Also, die zweite Runde bis jetzt am... ...am härtesten. Die schwachen Viecher. Okay, cool. Das wird spaßig. Ich bin der Fahre jetzt nicht getroffen hat. Wow. Was tut er da? Na gut. Arrow. Laut. Hau und weg jetzt. Und tschüss. Für den letzten Mini-Balken. Ja, super, Cloud. Das ist fein gemacht. Okay. Got it. Weiter geht's. Weiter geht's. Okay, Schrift zum ultimativen Mysterium Atomisator. Okay, cool. Ah, mit den Schriften zum ultimativen Mysterium kannst du deine Limits auf Stufe 2 erhöhen. Limits auf Stufe 2 sind zwar stärker, benötigen, aber auch länger, um die Limitleiste aufzuladen. Im Hauptmenü kannst du in der Kampfeinstellung Limits die Limits auswählen, die du im Kampf verwenden möchtest. Hervorragend. So, jetzt gucken wir mal. Okay, also es ist ein Häkchen dran. Barret und Tifa. Ja, was ist denn hier mit, äh, Aerith? Barret versus wilde Bestien. Gut, ich mach jetzt mal die ganze Rang-1-Dinger und danach machen wir mal die normalen Quests weiter, weil das macht Bock. Selbe Zusammensetzung, okay, cool. Loll. Okay, die Blue Glow zuerst, ey. Sonst. Ja, genau das. Weg da. Ich hasse diese Teile. Ich kann halt auch nicht blocken, wenn ich gerade bewegungsunfähig bin, oder? Barret, run. So, wo ist die Blue Glow hinne? Hinten. Ja, den Höllenschaum kannst du dir sonst wünschen, du Bobby. Was soll das sein? Au! Oh, das suckt. Aber hallo, äh. Klein Stricher. What the shit, Alter. Okay, den hab ich weggebasht. Alles klar. Cool. Danach muss ich jetzt erstmal Magie heilen, wenn ich darf. Hör auf mich an zu kotzen. Es kotzt mich an. So, weg da jetzt. Weg. Okay, und... Vitra. Barret. Aber nur, weil sie einen demobilisieren, so. Immobilized my ass. Na komm. Das war wohl nix mit festklammern. Haha. Aber immer noch schneller als mit Cloud. War das etwa total nervig? Ins Gesicht, Bisch. Ärmer. Das ist scheiße. So sieht's aus. Peitschen, Jeb. Der arme Doggy, der hat überhaupt keine Chance. Einfach wegbäschen den Bob. Aha. Und dann denselben Scheiß nochmal mit Tifa. Ja, und dann machen wir erstmal weiter. Jees. De kleine Sack. Weggehaue. Biatch. Ah, ich wollte gerade blocken. Fuck it. Das hat nicht hingehaue. Okay, Eagle Flow. Bam. Das ist was, oh, alles. Dö, 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 dö. Okay, bei dem könnte es interessant werden. Andererseits vielleicht auch nicht. Aber geile Musik bei dem letzten Kampf. Gut, weil es wahrscheinlich der letzte Kampf ist. Wow. Oh shit, der hätte ich ausweichen können. Schockbisch. Und tschüss. Easy. Die Musik ging noch nicht mal richtig los. Ist ja egal, dass die Musik lief, die er gerade nachgemacht hat. Okay. Das heißt Barrett Limit Katastrophe Stufe 2 erlernt. Ist cool. Hier können wir die Limits also upgraden. Lass uns nochmal gucken. Wie es aussieht, was geht hier? Clare, wo, Rance, Rance. Geheimlehre. Tarotkarten Mokritat, das Mann. Okay, aber wie gesagt. Erstmal Stufe 1, Stufe 4. Das klingt nicht so geil. So, dann. Dasselbe nochmal mit Tifa. 100 Gil, Gebühr. Geht ab. Okay, ran. Komm, direkt ran. Tifa ist so fucking stark, ey. Das war die schnellste Runde bis jetzt. So, jetzt erstmal den Blue Glow kaltmache. Nee, nicht den. Den anderen. Oh, come on. Das lief doch hervorragend. Okay, gut. Daneben nicht. Jetzt habt ihr es verkackt, Jungs. Komm schon. Blue Glow. Ah. Weg, 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 weg. Blue Glow. Komm schon. Tifa. Die schläft noch eine Runde. Okay, no more. Hoi. Aha. Ich war ja Blue Glow. Okay, jetzt brauche ich mich auch nicht mehr zu heilen. Wenn sie mal rauskommt, ne, dann bam. Gleich duschen. Tifa. Danach. Und so. Die crittet aber auch nur. Das kommt ja auch noch dazu. Ah. Das ist natürlich null Distanz. Und die Viecher hauen nur ab. Little shits. Bam, erwischt. Zum Angriff. Au. Dead. Next. Boom. Hör auf, wegzurennen. Schisser. Yes. Und Gibi. Fegen mal auf 200. Ich glaube nicht. Nee. Nicht wirklich. Aha. Okay. Okay. Aber erst nach dieser Runde, Tifa. Oh, kacke. Gas schischt. Schiescht. Einfach zusammentreten komplett. Yes. Nächste. Die Eagle Flow. Komm her. Bam. Bitch. Das war ein gutes Training. Des war ein gutes Training. Final. Näher an. Aha. Ich steh nicht in den Schockzustand krieg, dann weiß ich auch nicht, ey. Aber das war nix. Fuck it, komm ran. Ah, ran da, tiefer. Läscherlich, läscherlich. So, auf die anderen kommen wir später zurück. Delfin-Schlag, cool. Not bad. So, was auch immer das im Gewinn ist, aber das lassen wir jetzt erstmal. Trotzdem cool. Mach ich. Okay, bye. Open. Barrett bis zum Weg. Und dann gucken wir erstmal, was oben abgeht. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020